Ja, jetzt haben wir hier noch unsere XL Klangschale. Diese Klangschalen fangen bei 6-7 Kilo an und gehen dann hoch bis über 60 Kilo. Die größte Klangschale, die größte handgeschmiedete Klangschale, 68 Kilo. Da kann man sich also wunderbar in diese Klangschale hineinstellen mit beiden Füßen und dann mit diesem Schlägel, mit dem großen. Auch selbst anschlagen. Diese Klangschale lädt wunderbar ein, um auch zu Hause einfach mal auch im Vorbeigehen sich in die große Klangschale zu stellen, selber anzuschlagen und ein paar Minuten den Klang zu genießen. Therapeuten können auch mit dieser Klangschale wunderbare Körperwahrnehmungs- und Gleichgewichtsübungen machen. Klangschale